Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast, heute zu einer neuen Folge, in der es um Spiritualität geht, um das, was vielleicht gerade auch energetisch bei uns passiert und was deine Chakran damit zu tun haben. Und der Titel verrät es schon, dass neue Lichtfrequenzen für die Anhebung deines Bewusstseins sehr aktiv sind und es geht darum, dass sich eine neue Erde erschafft. Und was das bedeutet, darüber wollen wir jetzt sprechen. Ganz viel Freude. Also sehr hochfrequente Engel-Lichtfrequenzen aus dem galaktischen Zentrum helfen uns, unser Bewusstsein auf die Ebene anzuheben, wodurch wir die neue Erde manifestieren können. Diese Energie nehmen wir ganz besonders durch unsere Chakran auf. Diese Lichtfrequenzen sind Wellen aus fließender und leuchtender Plasma-Energie, die sich als Wellen aus wunderschönen Farben zeigen. Diese enthalten göttliche Liebe sowie Informationen für die Transformation und den Bewusstseinsanstieg. Diese bewusst wahrzunehmen, aber ich kann euch sagen, das ist zum Niederknien schön. Die Frequenzen können als Farbe, aber auch als Klang sowie als Lichtsprache in Form von lauten oder heiligen geometrischen Formen erlebt werden. Während wir uns spiralförmig immer höher in die Frequenzen der neuen Erde hineinbewegen, fangen wir nach und nach an, diese Informationen zu verkörpern. Hierbei spielen unsere Chakren eine bedeutsame Rolle, da sie auch als Übersetzungs- und Entschlüsselungszentralen für kodierte Informationen aus dem Kosmos dienen. Wir werden also erleben, dass diese Frequenzen Heilenergien in sich tragen, durch die wir uns selbst und andere Menschen in Heilung und ins Gleichgewicht bringen können. Wir werden uns an unser verloren geglaubtes Heilwissen erinnern und bald wird der ein oder andere von uns anfangen, diese Frequenzwellen mit seinen physischen Augen zu sehen oder auch mit seinen physischen Ohren zu hören. Ich habe schon an unterschiedlichen Stellen davon berichtet, dass mir dieses seit geraumer Zeit möglich ist und immer öfter erhalte ich Zuschriften von erstaunten Menschen, denen diese Fähigkeit auch ganz plötzlich zu eigen ist. Und diese Menschen berichten auch davon, wie wunderschön das ist und wie sehr ihnen dabei das Herz aufgeht. Ich kann mir das natürlich gut vorstellen, weil ich kenne es total gut und ich liebe es, durch eine Klang- und Farbensinfonie zu laufen. Und das kannst du dir wirklich so vorstellen. Stell dir vor, du läufst jeden Tag durch wundervolle Klänge und durch wundervolle Farben. Diese hohen Frequenzen können in den niederen Ebenen Störungen und Chaos hervorrufen. Das ist auch notwendig, damit das Alte und nicht mehr Stimmige sich auflöst, um Raum für das neue Bewusstsein zu schaffen. Ihr könnt euch also in eurem Leben ganz schön gestört fühlen und auch Chaos erleben, bis hin zu Unwohlsein verspüren. Eben immer dann, wenn noch niedere Energien in eurem System verhaftet sind. Diese könnt ihr durch spirituelle Weiterentwicklung lösen. Dazu empfehle ich dir zum Beispiel mein Jahrescoaching, mein Online-Coaching Deine Reise ins Erwachen, das Bewusstsein der neuen Zeit, kurz Lindas Home genannt. Es fällt uns schwer, energetisch neutrale Räume oder Orte zu finden, da die Veränderungen und Transformationen und somit auch diese Energie sehr intensiv sind. Du bist also somit aufgefordert, also du bist aufgefordert, dir deinen ganz eigenen Platz zu erschaffen und diesen auch einzunehmen. Und das tust du, indem du darauf achtest, dass du dich mit deinen Werten immer im Einklang fühlst. Dass du so wenig faule Kompromisse wie möglich eingehst. Dass du dich aus demotivierender Energie rausziehst. Negative Gespräche, angstvolle Gespräche, Lästereien, Bewertungen, Kritik, also all das, was sich nicht nach Liebe anfühlt. Und vor allen Dingen ziehe auch werthaltige Lebensgestaltung, der oberflächlichen Lebensgestaltung vor. In diesem Zusammenhang ist die Transformation des physischen Körpers und des Lichtkörpers für viele von uns seit geraumer Zeit sehr stark spürbar. Hört ihr dazu auch gerne die Podcast-Folgen 73 und 74 an. Das liegt daran, dass unsere Körper, also physisch wie Energiekörper, Lichtkörper, nun bestimmte Anpassungen durchlaufen und auch vornehmen müssen. Also Anpassungen an die höhere Schwingung. Und das kann sich zu Anfang erstmal ordentlich strapaziös anfühlen. Zum Beispiel ist unsere Zirbeltrüse auf energetischer Ebene auch neu ausgerichtet und vergrößert worden. Somit kann mehr Licht und Klangfrequenz zwischen unserem physischen Körper aus Fleisch und Blut und dem Lichtkörper ausgetauscht werden. Diese Neuausrichtung der Zirbeldrüse ermöglicht das Bewusstsein des goldenen Zeitalters im Seelensternchakra und im Kronenchakra zu etablieren und einfließen zu lassen und vor allen Dingen auch stabil zu halten. Auf diese Weise bildet es eine Brücke aus Licht zwischen der Seele und den körperlichen Aspekten unseres Seins. Unser Kausalchakra löst sich von seiner Position am Hinterkopf und schiebt sich nach oben zwischen Kronen- und Seelensternchakra. Und das ist dann diese Brücke, weil unser Kausalchakra ist ein sehr lichtvolles Chakra. Es beinhaltet das weiße, reine, perfekte Christuslicht, eine sehr weibliche Energie. Und das schiebt sich zwischen Kronenchakra und Seelensternchakra oder auch hohes Selbstchakra. Und da wird dann eine Brücke gebildet. Und das ist unglaublich schön. Du kannst dir also gerne auch einfach mal die anderen Folgen über die Chakren anhören. Da haben wir also eben Seelensternchakra oder Hosebstchakra, habe ich es da genannt. Das Kausalchakra und das Kronenchakra. Da gibt es jeweils auch eine eigene Folge zu. Kannst dir mal reinhören. Mega, mega spannend. Und da wird auch deutlich, wenn du dir das so vorstellst, wie unsere verlängerte Wirbelsäule über dem Kopf, die letztendlich ja zu uns gehört. Solch eine Neuausrichtung, die macht was mit uns. Das ist nicht mal eben so ein Kinderspiel. Also wir leben in einer unglaublichen Zeit und können sehr dankbar sein, dass wir in diese Zeit hinein inkarniert sind und all das so miterleben dürfen. Das ist faszinierend und auch letztendlich einmalig. Eine Flut von Lichtwellen strömt also nun ein, also letztendlich auch schon länger, aber zurzeit auch eben ganz besonders intensiv. Eine Flut von Lichtwellen strömt nun ein und jede dieser Energie-Plasma- Wellen, die durch die Portale zur Erde kommt, bringt uns ihre eigene Botschaft. Also jede dieser Wellen hat eine ganz eigene Botschaft, bestehend aus Liebe, Mitgefühl und Kreativität. Und diese Botschaften informieren uns natürlich, aber sie verkörpern sich durch uns und wir tragen dann natürlich diese Informationen auch weiter. Also jede dieser Wellen trägt auch individuelle Farb- und Klangfrequenzen, so wie Codes aus dieser Engel- oder auch Lichtsprache genannt. Das Entwickeln deiner intuitiven Fähigkeiten, wie auch zum Beispiel dieses Wellen hören und sehen, diese Plasma-Wellen, diese Energie wahrzunehmen, ist ein Teil des Live-Jahres-Coachings online Lindas Home. Vielleicht möchtest du ja in dich und deine spirituelle Weiterentwicklung investieren. Falls das so ist, würde ich mich riesig freuen, dich dabei begleiten zu dürfen. Denn in Lindas Home, das ahnst du wahrscheinlich schon, bin ich dein Mentor an deiner Seite. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Schau dir das mal an und wenn du noch unsicher bist, kannst du dich auch gerne bei mir melden. Können wir kurz drüber sprechen, ob das für dich gut ist. Mögen meine Worte das Licht in dir zum Leuchten bringen und deinem allerhöchsten Wohle dienen. Von Herzen das Allerschönste für dich, deine Linda. Vielen Schauspiel. Deep-Alsㄲ-Kwohle dienen Big-Als Look-Uohle.